Ich hab die POTATO! Ich hab die POTATO! Ich hab sie abgegeben! Ey ho! Pixel-Freunde! Zu einer neuen Runde! Und zu der ersten Runde HOT POTATO! Und wie ihr den Arsch hat sehen könnt, nicht alleine! Ja! Mit MyPlay! Wenn mein mein-crofters Kind hat ... Ich mein Play, wo bist du? Mein-croft-Fan-Hier! Hier! Da haben ... Lass uns ... Hier gehen! So, auch in der drin! Ich nicht! So, bist du auch da! Also, bin ich da! Wie bist du da? nicht denn natürlich nein nein gar nicht wahr stimmt gar nicht das tun auch nicht so so die Schwestern in der Luft wie egal das ist das ist ja auch die Pferde noch teckten Wettbewerb hat zu ist zählte von der Saar aus Kreml abends schreckt in 10 Herr Riener ab der Tänze ganz ab Kies auf C&C ist Sport and its Everyone for Napsacks. und eigentlich muss man eigentlich nur in Kreis rennen und nichts machen. Man kann auch stehen bleiben oder wie natürlich, aber wenn du dann hast die Täter aus, gehst in die Luft, Pech. So, wenn die Leute um einen Romer ist, also man muss in den Arm werfen, also auf dem Boden, also du rennst zum Beispiel jetzt zu ihm hin und drückst bei dir, wenn ich jetzt bei dir bin zum Beispiel links klick, dann hast du es tun. Okay, okay, fünf Sekunden geht los. Und ich bin ganz, go! Okay, okay, wegrennen. Anerthalb. Jawohl. Jungs. Loschersen. Bin gespann, weil er es betetet hat. Auer, lol. Loll. Ich habe die Potato, die Potato! Ich hab's abgegeben, ich hab's abgegeben. Ich hab's abgegeben. Fuck! Aber es geht aber auch die Potato nicht zu bekommen. Genau, und da einer hat einen TNT am Kopf, dass du weißt, wer die Heißkartoffeln ist. Ach du also, ne? Ich werde in der anderen Richtung nie. Nein, nein, das ist falsche Richtung! Ne. Die Boot ist bloß auf. Ach du, ne? Wie? 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 in der Mitte drin neue neue Tentierkopf neue Tentierkopf und explodiert nur das sind zwei Tentierkopf und das sind zwei Tentierkopf auf dem ersten Platz noch ein paar Mal das ist der nächste Stil wo das ist ja in 80 Sekunden geht die nächste Tentier hoch ein Weg wird 3 alle er hat und wohlfühlt und ich habe mich noch nicht an die ganze sind das müssen die Tätigkeit die Tätigkeit der Tätigkeit der Tätigkeit der Tätigkeit warum schlagen die Leute und verschiebt und dann nicht mehr dann haben wir schon naja es ist alles genau zu der Tätigkeit ja und wo wurde der Ex-Werner der Bedeutung 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 ich liebe Existenz schon mal gesagt aber man hat er denn man hatte den Urgangsbieter auch die Tätigkeit mehr dass die Tätigkeit mehr das ist doch so ein Blatt auch dort ich habe ja auch ein Blatt und auch der muss sie abgeben Prozent Prozent der Verletzten der Verletzten ich gehe auf Prozent die Toten ist tot aus der ist es die explodieren Räume ist im Norden der Zuschauer von hier oben ich habe leider kein Aufmerksamkeit als er hat auch ein Ticket und wenn sie rennt in der mann und der der Läsensale sind sein also die Runde ist ein bisschen die Kurs ist wieder weiter war war ich habe die Proteste ich habe die Proteste auch und ich habe es abgegeben ich habe sie gegeben Söder nein 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 da hat sie auch gegeben hat sie auch gegeben hat sie auch die Grunde die Kraft nein 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 abgeben abgeben ich habe die Proteste auch gegeben in der letzten Sekunde der Bernd der Berndt ausfakt auf der Köln die Welt nur noch nicht nein nein und der nächste getroffen ist nicht ja ich bin zufrieden auf der Koffer 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 und sie sind sie sind die GmbH gewinnt dass wir gehen das oder die vom Server steht natürlich wie gewohnt und da und er war meine Beschreibung als ich könnte heute den Markt aber auch bei ihm ist es letztes letzten Jahrzehnte und wo ist sie zu dem Sektor überhaupt nicht gewohnt ich bin der letzte Woche der Woche Borson der die Siegung liegt abgült die Siegung erkannt hat ich bin ich dass wir auch der Gesuchte hat auch immer was von uns heute für heute wieder mal wieder mit sechs Minuten Folge Geil Ja natürlich Vielen Dank fürs Zuschauen Bedanken wir uns beide Und ja Wenn ihr mehr davon sehen wollt Schreibt es in die Kommentare Und bewertet natürlich dieses Video Egal bei welchen Bei uns beiden Wäre natürlich im besten Und ja Wie gewohnt Von gestern Schaut beim SmilePlay vorbei Gibt auch tolle Videos Er möchte auch seine Qualität Immer höher stufen Ist für YouTuber Die was für ihre Zuschauer tun wollen Natürlich normal Tun mal den natürlich auch Also Schaut mal vorbei Nein, er wird seine Qualität aufstocken Irgendwie Irgendwann Wo Gut, dann weiß das Leute Wir bedanken uns das Zuschauen Und das ist Also Ryan Und reinherst